So, Barzeit, da sind wir wieder, 7 days, die Wühle läuft noch, noch 18 Minuten, hält die Hütte, hallo Hobbit, schieß fleißig, schieß, oh, kann ich nicht von hier oben auf die Mütze hauen, gleich gehe ich runter, um 4 Uhr gehe ich runter, dann gibt es aber auch die dicke Backen hier, dann gibt es Backenmusik, habe ich irgendeinen Saft, damit ich besser drauf hauen kann, wäre nicht schlecht, gehe mal her, ich gehe mal schnell einen Saft holen, so, juka, hab her damit, alles klar, hey ho, let's go, so, ihr Schweine, jetzt gibt es was, oh, ich bin schon runter gehüpft, ist noch ein bisschen früh, aber, jetzt geht's, Position her, schwein, liegt denn hier, was liegt hier, keine Pfeile, ich nehme alle auf, noch ein, komm her, Motiv, brenn, gibt ein Fresspad, und da, und noch ein, einsammeln, irgendwie haut dich, weg mit der Uschi, ich höre noch drinnen, dribbeln, ach, einer ist im Keller, warte, ja, er ist im Keller, hat sich verlaufen, hör mal, ich helfe dir mal, so, du dummer Sack, Schwein, hallelujah, leiher, ja, hau mit, na, easy, guckt dir das an, ohohoho, das hat überhaupt noch steht, das Gebäude, Äh, ja, war dazu ein superheld, mache ich das jetzt ganz schnell mal, es war hier zwei neue zipfel bau und irgendwie weiß ich nicht warum das noch steht unsere meistreifte konstruktion jawoll halleluja das war aber sehr übelst da müssen wir uns aber mehr anstrengen das kriegen wir aber so nicht geregelt beim nächsten mal und ohne munition und alle kanal bauen und die würden dann alle so schön durch den kanal gelaufen weiß ja die sind ja nicht die idee die wollen ja zu uns hoch und ich habe gehofft wenigstens dass sie das hier als weg nehmen aber das machen wir nicht die interessieren sich nicht dafür wie kommen wir nicht hoch die kloppen hier alles kaputte sondern da geben wir nicht lang wir randalieren reißen ganze hütte ab ich wenn wir hier dann so eine rampe hinmachen ja du musst einen weg für die bauen nach oben nach ganz oben so können wir ja wenn wir dann hier so was du da gebaut hast mit deiner schräder rieke da ja aber habe dies arge gefühl ja das mit der schräder rieke der weg nicht ausreicht also guck mal was da für ein haufen kam wenn ihr jetzt einmal wo bist du denn jetzt hin weiter hoch jetzt oben ja komm mal dazu wenigstens verziehst so wie hast du denn das gedacht dass die hier nicht hochkommen eine rampe bauen das ist ja nur ein weg in eine rampe bauen die machen wird und sind da damit unsere drei feilchen können wir da aber getrost sowas von vergessen ja also dort ist aber das ist aber abschminken ist da angesagt glaube ich boah ja das war übel halleluja ja da wir sonst nichts zu tun haben würde ich sagen gehen wir direkt los oder machen wir erstmal einen auftrag ja natürlich einen auftrag habe ich habe jetzt auch einen neuen auftrag gericht mich zu heilen ich komme gar nicht ja das ist aber sehr übel ich meine tablette ich brauche wieder wieder eine pille für den für den mann danach war das ne oh das war aber irgendwie habe ich da kein gutes gefühl das war ganz furchtbar was da passiert ist das hat mich richtig ich bin richtig fertig mit der welt das kann ja nicht sein das ist so schlimm hast du arme hier so ich habe so lederhandschuhe über ich tu sie mal unten in die da wo wollen wir nicht an hinten dann weiß ich nicht über das biet nebenan in die kirche ja dann gehen wir waren wir da schon drin da müssen wir erst mal aufräumen glaube ich oder da müssen wir aufräumen jawohl abkommen wir gehen die kirche ist doch direkt nebenan hier richtig schmiede brennt noch wollte brennt denn da brennt da rein warte geben wir gucken gerade da da brennt noch dann wird so man da herstellt keine ahnung bleibt erst mal da attacke holen ist ist es schon rein weil der vordereingang doch mal hallo hallo ist ein riesen ding kommt schon wer so der ist tot da kommen ein paar an gewackelt so und feier Ich geh mal kurz raus. Warum bist du denn so mega hell? Mach mal deine Lampe aus, bitte. Autsch. Ach, guck mal. Wo ist der denn jetzt hin? Kommt der nächste. Ups. Weg ist er, der Kopf. Zwei Wasser. So. Guck mal, da sind aber noch mehr. Und hier sind Kerzen, dann hast du deine Romantik. Hier liegt noch so ein Penner. Asama. Aufsehen, alle Werte sind. Und noch ein. Und noch ein. Du hast da was im Auge. Hat man da am Hinterkopf. Haha. Das gefällt mir schon. Ja, guck mal, hier ist der riesig. Da können wir doch zwei Zwischendecks einziehen. Eine Hose hochladen, eine Hose nochmal. Also dann müssen wir uns was überlegen. Auf jeden Fall. Würde ich sagen. Oder? Klar. Hast du schon alles gelootet? Natürlich. Nö. Ja wie? Nö. Lackst schon leer alles. Komm, setz dich mal auf die andere Seite. Hier ist der Beichtstuhl. Haha. Beichtstuhl, ja. Du hast du, willst du deine Sünden weichten? Deine Sünden weichten. Da bist du bei mir genau richtig. Hör mal. Wah. Hier ist ein Täschchen. Oh, toll. Nur hervorragende Sachen. Das Leben schön. Gar nichts, gar nichts. Du, Schrott. Halleluja. Hier liegt noch einer und pennt. Hallo. Wecki, wecki. Hier war ein riesen Loch. Hier drin die Dekater. Es ist runtergefallen, der Arme. Da kommt die nächste Tante. Oh, das gefällt mir schon mal. Hier müssen sie immer im Kreis latschen. Hallo. Na, da habe ich aber viel zu bauen. Wie, der Kopf weg. Tu mich wieder weh. Was ist denn da? Stachel gerade. Hier, auf den Fuß. Na, guckst du, ne? Die dürren Knochen. Na, du guck auch. Guck, guck. Hier oben ist nichts. Oh, oh. Jawoll. So ist richtig. Hier oben ist nichts. Nö, nichts. Die Ushi ist noch nicht. Immer noch nicht tot. Jetzt aber. Hab ich aber die Faxen. Jetzt ist die Schnauze voll. So. Hier oben warst du auch schon. Ja, da ist nichts. Überall nichts. Überall nichts. Ist nur groß und nichts. Da geht er immer noch höher. Ja, da ist aber auch nichts. Da ganz oben in dem großen Turm hast du auch schon. Ja, hier lang. Wo denn? Ach da. Alles nichts. Alles nichts. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Die ist aber sehr kaputt, die Kirche. Ja, hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. Da drüben ist noch, was ist das? Ein Geier? Hier sind zwei Geier. Die wollen mich beißen. Da hab ich Axt. Bastard hell. Wieso ist das so eklig hell? Ist das noch umgestellt? Ich muss mal gucken. Für Zuschauer sehen? Nein. Na, die Geier können mich. Aber da muss verzeihen. Ja, bin ich auch hier. Schieß mal, die Geier. Kann man die Geier tot schießen. Nee, das ist alles nicht gut. Die Kirche gefällt mir nicht, oder? Nee, nee, das ist zu groß, find ich. Ja. Und nix drin. In der blöden Kirche. Oh, ein Safe. Safe? Ja. Komm mal. Haha, bin ich dabei. Boah, der hat schon alles. Hier, überall, wo ich hier gehe, ist alles weg. Komm, bitte, bitte, bitte. Aua. Früher gab es so ein schönes Geräusch. Und? Vier Schuss Schrot. Ich höre noch jemanden. Es ist noch irgendwo wer. Geht noch hier in den Keller? Und auf dem anderen Turben ist wir da auch noch irgendwie hier. Ja, da ging oben. Da saßen die Geier. Ich habe nix zu schießen. Ich krieg, kriegst du nicht weg. Oh, ein Koffer. Gibt's da nicht. Gibt's nicht. Oh, hier ist das Treppenhaus. So. Hier waren wir schon. Ja. Ja, wo denn? Wie denn? Oh. So. Piekser. Hau weg. Ne, das sah aber irgendwie gar nicht gut aus. Da sind noch mehrere Herrschaften drin. Ne? Ich muss mal Ausdauer sammeln. Okay. Sie sind da. Ja. Klötschen. So. Und? Bücher. Leine Menge Bücher. Ehrlich. Und Zombies. Nee, nee, ich habe keine Zeit. Ich habe Bücher. Ich muss Bücher sammeln. Oh, aber du hör' aus, da. Ich hab' da. Da haben wir schon alles weg. Aua. Das machst du mit Absicht. Du, damit du... Du, ey, jetzt sammelt der Bücher und ich, und ich arme, komm. Nee, ich habe bisher nur Alpapier, diese Verschissene. Ich kann durchdrehen, ne? Echt? Ich hab' ein bisschen mehr. Du wusstest, du musst unbedingt Lucky Luthor skillen. Äh, ich hab' eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Bücher. Ist das in Ordnung? Ja, weil ich Lucky Luthor geskillt hab' und du nicht. So. So. Was ist das denn hier? Äh, Reading Schematik will teach you how to craft this item. Machita. Ein, wat? Stockmod Schematik. Was ist das? Naja. Für deine, äh, Waffe. So ein Haltegriff ist das, glaub' ich. Okay, zack. Dann habe ich einen Shortgun Torret, kann ich bauen. Dann kann ich herstellen, ein Amboss. Ein Vierfach Scope. Eine Beinrüstung. Äh, du bist der Bogenmann, ne? Ja. Dann komm's hierher. Hier. Hepp. Und, hepp. Wo bist du denn? Er sammelt bestimmt weiter. Oh, Sack. Oh, hier geht's runter. Hey! Warte doch mal. Ich will dir bitte die Bücher geben. Oh, oh, oh. Für den Bogenschütze. Hör auf zu heulen. Was ist das? Da sind wieder Viecher. Mach kaputt. Wo denn? Oh, oh, hier. Oh, hier ist alles voll. Hilfe. Aua. Oha. Oha. Hier. Gehund. Oh nein, Ausdauer. Oh Mist. Da kommt noch einer, hier um die Ecke. Ich muss meine Ausdauer erhöhen. Sag durchsuchen. Nichts drin in den Kisten. Doch, ich hab Munition. Ich kann schießen. Yeah. Ich hab mal Töts gefunden. Du musst unbedingt dein Loot-Ding. Dein Loot-Ding. Auf jeden Fall. Du musst das Geld. Ich hab den Water Purifier gefunden. Ja, cool. Ja, das ist super. Das ist fantastico. Der muss nicht einbauen. Modifizieren. Der Water Purifier kommt rein. Zack. Auf jeden Fall kommt der rein. Abschließen. Der muss in den Helm rein. Das war klar, dass der in den Helm rein muss. Ja, ja. Natürlich. So alles. Es muss ja immer alles in den Helm rein. Die dicke Kind da, ne? Verletze nicht meine Gefühle. Aus. Was hast du davon? Voll lauter Gier. Uschi, bleib liegen. Ich kann dir unter den Rock gucken. Das ist nicht schön. Der ist so alt. Wie bist du da hingekommen? Darf ich den doch nicht, so. Wo ist der? Da ist gar nichts. Was ist hier? Ja, bist du selber schuld. Gierlappen. Mir nicht sagen, wo du bist. Ah ja, jetzt ja. Jetzt will er von hier. Guck mal. Saubot. So, mach mal. Den Weg frei. Alter, Versicherungsvertreter. Oh, ich kenne. Autsch. Du machst das schon. Jetzt geht der looten. Auf zu looten. Ich geh lieber den verdammten Looting-Boom-Star. Nein. Selber schuld. Gierlappen. Oh, ne längere Keule. So nimmst du das also. Autsch. Autsch. Da hab ich auch noch nicht gehört. Schon viele Namen für das Ding gehört, aber Keule. Boah, Hammer. Hier, ich hab was für dich. Ne, ne, warte. Hier. Ah, sehr schön. Ob ich brauch ne längere Keule, sagt er. Du für den Elm. Ich hab da kein Interesse dran. Ups, dich gleich. Ey. Boah, wie der Schiff. Lucky Looter. Unbedingt skillen, Robin. Ja. Ah. Schrei doch nicht so. Wir sind oben. Wir müssen aber auf Dach. Genitiv zu groß, die Kirche, was? Ja. Wo war das? Wo kommen wir auf Dach hoch? Die Geier da wegmachen. Lass doch die armen Geier hinruhen. Dann komm ich in den anderen Turm. Ja, aber du kommst hier nicht aufs andere Seite. Natürlich. Zeig mir, wo. Ja, hier lang. Los jetzt sofort. Lässt er mich einmal um die Säule latschen. Und ich bin überladen. Ah, ich nicht. Du findest ja auch nix. Haha. Versteht. Außer Papier. Ja, die ganzen schönen Kisten. Alles für den Arsch. Ne, ne. Oh, hier geht's. Da. Da sind die Geier. Da kommt der Erste. Ich hab keinen gesehen. Das ist schön, dass ich die da machen muss. Aber lass dich raten. Du willst rüberrennen. Oh, hier ist eine Leuchte. Warum ist hier eine Leuchte? Der Zaunzack. Oh. Nicht schopsen. Geh weg. Geh weg, sagt er. Ey. Verdammt. Mach ich auf. Ja, steht. Du hast recht. Du hast Lucky Luther. Mach das. Ja. Will ich. Deswegen, dann musst du auch machen. Unbedingt. Lucky Luther muss auf drei. Das ist wichtig. Auf drei? Ja. Die Luther. Oh ja, stimmt. Ich hab keinen. Gib mir mal den Schnitzelmann. Was für ein Schnitzelmann? Hier, ich hab, da ist eine Axt für dich drin. Eine Einser. Hab ich. Oh, ich mach dein Weinfass kaputt. Ich kapp zu viel Zeug, ich kann nicht mehr looten. Hier. Ja, dann schmeiß doch mal raus. Ja, hier und hier und hier und hier und hier. Und Papier hast du gesagt, dass du da. Bitteschön. So. Hast du noch diese eulen Locke? Nee, ich hab keine Lockenwickler mehr. Ah, hier. Ja. Da hast du einen Pinsel. Kannst du einen schönen Dach machen. Lück dich mal. Ich will mal den Pinsel ausprobieren. Übrigens, dir geht's nicht so gut. Ha. Oh, du Scheiße hier. Oh, Hobbit, Hobbit, Hobbit. Guck mal. Pass auf, ich schmeiß einmal raus. Nimm das Ding. Nimm das nicht in die Hand. Oh, nimm es in die Hand. Nein, der will ihn nicht. Heute ist er aber auch verloren. Was ist denn das? Ein Vatapur-Mod. Ja, genau. Der muss in den Kopf. Ja, ich schicke dir das Ding in den Kopf. Ja, in den. Hey, da muss man sich alle in die Tür kloppen. Dieses Schrott. Pass auf, die mördere ich. Dann ist er noch ein schrottiges Junk-Turt. Oh, dann ist es gut. Einen schrottigen Speer. Hab ich den jetzt... Ja, ich kann die Kiste nicht mehr leer machen. Mach du mal. Nee, hoffentlich hast du ihn nicht geschreddert. Nein, hab ich nicht schlecht. Oh, die haben. Ja, Kohle, 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 Kohle. Okay, raus hier. Der erste Tag ist schon so gut vorbei. Weil hier fliegt man runter. Hier kann man gar nicht runter. Und nun? Geh lang wieder. Aus dem Fenster? Also. Unten liegen die Geier. Ganz viele Federn. Oh, cool. Ja, hüpf. Und hüpf. Und hüpf. Geht sogar. Hier kommt wer? Eine ganze Horle kommt. Oh nein, jetzt nicht. Keine Zeit. Geht weg. Oh. War noch ein dritter Geier, aber ich weiß nicht, wo er ist. Ich muss rausstehen. Also zwei hab ich. Also, dann ist ja gut. So, wo sind die Typen? Oh, wir hätten vielleicht auch hier durch den Keller können. Reingehen können. Kloppen da hinten rum. Da, ich sehe schon. Eine ganze Horde ist das. Eine ganze Horde. Ach, er holt's da schon wieder rum. Ah! Wo kommt die Mutti denn her? Hau ab! Beschissene Kuh. Die macht mich jetzt kaputt. Bin nur verbluten. Nee, nix hier. In dem ganzen Gebüsch. Verdammte Scheiße. Ja, ich auch nix. In dem Gebüsch. Irgendwo am Tantenwald. Oder was auch immer. Ich hab alle Seiten wieder einen eingeschränkt. Ich hab 13 Leben noch. Wo seid ihr denn? Ich weiß auch nicht. Ja, komm raus aus dem Gebüsch, du. Na, warte. Deutsch und Tarn. Ah, Streppen. Oh, der war aber... Da. Geh mal rein und guck mal, ob es alle waren. Nee, nee, ich hör da schon. Da kommt noch so eine dicke Mutti. Oh ja. Raus vom Walde komm ich her. Oh, hier ist aber auch noch Rambazamba. Hallo. Geweckt. Oh, nur Uschi. Wah. Ich zieh schon. Da kommt er. Ja, der kommt noch raus. Hier. Oh. Warte, ich helfe euch mal kurz. So, besser. Ja, ist doch besser. Ist doch gut. Wir haben aber immer noch keine neue Behauptung. Ich muss mich ausmögen. Ja, ich auch. Ich bin so voll gestopft. Geht nix. Ich bin so auf Tag 14 und wir laufen hier immer noch rum. Und mit nix. Ja, wir müssen Jobs annehmen. Ja. Unbedingt. Wir brauchen Jobs. Ja, ja. Hilfe. Achso. Oh mein Gott. So, jetzt erstmal leer machen hier. Ja, Mann. So, jetzt mach ich die pukkelige Musik aus. Mann, du. Laut zu voll. Ah. Danke. Ruhe. Ist doch wahr. Mann. Jede Menge Flinten. Das ist doch nur Scheißdreck. Das kannst du alles noch nicht mehr verkaufen. Das will kein Mensch haben, den Dreck. So. Alles Einser. Ja, dann alles schreddern. Ja, was haben wir denn davon? Diese Parts. Da bauen wir irgendwann bessere von. Ja, gut. Ich? Ja, nein, vielleicht. Ja, wunderschön. Gut. Ich weiß nicht. So. Natürlich hast du recht. Jetzt recht. So, wir haben jetzt waterproof. Das heißt, du kannst alles mögliche saufen. Oh. Was zu essen? Ich muss noch ein paar Kotelett bauen. Ja, ich habe noch zwei Eier. Ein Ei mit Schinken. Ja. Wenn ihr lacht, wenn ihr das jetzt schon wieder habt. Zwei habe ich noch. Und du? Oh ja, ein halbes Streit. Das ist nicht so gut. Wie konnte das passieren? Wann weiß ich nicht? Ja, Leute. Wir sind auch schon wieder an der Grenze angelangt. Ich glaube, wir machen hier mal Schluss. Wir sind an der Grenze. An der Grenze sind wir schon lange, ne? Ich kann nicht mehr. Stopp, stopp. Ist nicht mehr lustig hier. Mann, du Mann. Heißen Sie sich mal zusammen. Dann ist ein tolles Let's Play. Ja, ich weiß. Ich versuche. Aber geht nicht. Was? Ich schockt. Was? Jawohl. Ah. So, ja, Leute. Jetzt aber. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte einen Daumen nach oben. Natürlich, ne? Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wo es wird heiß. Keine Ahnung. Robinson, seine Schweinerei. Weiß ich nicht. In diesem Sinne. Habe die Ehre. Bis denn. Tschüss. Tschüss.